moin leute was geht in diesem video soll es mal wieder um das thema pferde gehen und zwar wie man ohne geld an richtig gute pferde kommt dieser methode funktioniert eigentlich schon ab kapitel 2 wo ihr in wellentheim seid denn was ihr braucht ist eigentlich relativ wenig dafür eigentlich nur ein eigenes pferd ne knarre und das wars dann eigentlich auch schon bevor das video jetzt startet will ich nochmal aufmerksam machen auf meine psn community den namens seht ihr unten eingeblendet ansonsten ist es wirklich wenig was ihr braucht wie gesagt pferd knarre und das wars vielleicht auch ein bisschen dead eye aber das wars dann eigentlich auch schon im großen ganzen und wie gesagt ab kapitel 2 ist das verfügbar was ihr machen müsst ist eigentlich nur ein bisschen stress machen eine schießerei so dass ihr ein kopfgeld bekommt und das kopfgeld naja im prinzip muss es nicht hoch sein so 100 200 dollar und dort kommen dann halt die kopfgeldjäger und diese haben immer richtig krasse pferde dabei zum beispiel das ungarische halbblut mustang englisches vollblut hin und wieder sind dann auch mal warum auch immer gang pferde mit dabei die jetzt zum beispiel von dutch oder amerika sind jetzt so als kleines beispiel nocota es sind alle pferde da die ihr euch vorstellen könnt also es sind richtig geile pferde immer mal mit dabei aber im großen ganzen ungarisches halbblut englisches vollblut das sind so die großen und ganzen pferde die eigentlich wirklich bei jeder fälle kopfgeldjäger vorbeikommen nebenbei ich habe jetzt ein kopfgeld von über 1000 dollar das braucht ihr nicht dafür das ist ein bisschen dann übertrieben aber so 100 200 dollar kopfgeld ist schon akzeptabel außerdem im verlauf der story gibt es ja gebiete in dem ihr sowieso gesucht werdet dort gibt es dann auch wieder kopfgeldjäger hin und wieder die haben auch geile pferde dabei oder als trophäe gibt es das auch was ihr in jeden start mit 250 dollar überleben müsst wenn ihr das macht könnt ihr ja auch mal einfach von einem kopfgeldjäger das pferd klauen die beste methode dafür ist halt entweder den kopfgeldjäger zu erschießen und dem pferd hinterher zu rennen allerdings erhöht sich dadurch das kopfgeld und wenn ihr gerade sowieso nicht so viel geld habt ist das nicht empfehlenswert dann ist meine empfehlung den kopfgeldjäger mit einen lasso vom pferd zu ziehen oder irgendwie runter zu zerren das pferd zu nehmen den pferd sofort eine lebenstonika zu geben und weg zu rennen weil das kann schon richtig ekelhaft werden wenn dann so zehn kopfgeldjäger hinter euch her sind und dann naja zehn stück jetzt nicht unbedingt weil wenn ihr unter 500 dollar bleibt mit dem kopfgeld sind die kopfgeldjäger eigentlich kein problem und über 500 da sind die schon richtig extrem und bei über 1000 da braucht ihr es gar nicht zu versuchen es ist vielleicht auch empfehlenswert immer mal wieder zu speichern falls es jetzt nicht so klappt wie ihr euch das vorstellt und so könnt ihr wirklich problemlos und im prinzip auch ohne geld an richtig geile pferde kommen wenn ihr euch jetzt sagt ja mich juckt so ein kopfgeld doch eh nicht dann umso besser weil dann sollte das die beste methode für euch sein um an die krassesten pferde in red dead zu kommen und das soll es eigentlich im großen ganzen mit dieser methode gewesen sein also das methode eins von zwei weil man sieht schon es kann lästig werden wenn ihr die kopfgeldjäger im nacken habt und ja es ist wirklich schwierig vor den kopfgeldjägern zu entkommen das ist jetzt nicht eine theorie sondern ein richtiger fakt weil man sieht über 1000 dollar 1500 das kopfgeld und da lassen die euch gar nicht mehr in ruhe es ist wirklich sauschwer vor denen zu entkommen und ja man sieht es jetzt ich habe mir so ein bisschen vorsprung verschafft ab das ungarische halbblut war jetzt nur zum zum demonstrieren das pferd natürlich könnt ihr auch warten bis die mit den weißen araber vom dach um die ecke kommen mit dem pferd von von ankel von maika oder wie sie alle heißen denn diese pferde haben sie komischerweise auch immer ich verstehe zwar nicht wie aber ist halt irgendwie so rockstar trollt uns da irgendwie vielleicht ob man die jetzt in den stall stellen kann weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau jedenfalls die haben dann auch immer richtig krasse pferde wie gesagt englisches vollblut ungarisches halbblut die kommen auch mit den adenna um die ecke also wirklich die besten pferde im ganzen spiel haben die kopfgeldjäger gleich zu beginnen die müsst ihr nicht jagen oder so daran einfach nur ein bisschen stress machen und diese klauen ja schwierig vor den kopfgeldjägern abzuhauen aber habt ihr es dann geschafft könnt ihr das pferd auch in den stall stellen wenn ihr jetzt platz frei habt nicht so wie ich dann könntet ihr das pferd auch verkaufen und das ist vielleicht auch eine richtig geile methode um geld zu machen wenn ihr das pferd jetzt auf maximum gelevelt habt könnt ihr das für einen wirklich guten preis verkaufen weil ich schaue mir gerade hier meine pferdchen an ja will ich ungerne verkaufen aber wenn ihr noch einen platz im stall frei habt dann packt das pferd da rein level das auf und wenn ihr dann keinen bock mehr auf das pferd hat verkauft es weil dann gibt es dafür auch richtig viel geld ist halt methode eins von zwei methode zwei ist ein bisschen simpler und da braucht ihr auch kein hohes kopfgeld nämlich geht ihr dahin wo so ein schöner rauch aufsteigt das ist entweder ein normales lager oder ein gegnerlager egal hauptsache ein lager von irgendeiner fremden person und diese haben auch immer pferde da rumstehen es ist eigentlich so gut wie nie dass da nichts ist dort könnt ihr auch wirklich richtig gute pferde haben wie zum beispiel das seltene apalossa was ich nebenbei habe das weiße da weiß gerade nicht wie es heißt oder ein mustang auch adenna shire horse englisches vollblut da steht auch immer wieder alles rum und das ist auch ziemlich simpel diese dort zu klauen denn man sieht der typ hat keine waffe und rennt mir hinterher um das pferd wieder zu bekommen und das ist wirklich somit die beste möglichkeit um schnell an ein gutes pferd zu kommen beziehungsweise an ein besseres pferd weil so habt ihr wenig aufwand und diese zufallslager die gibt es wirklich immer und überall und es stehen da wirklich immer pferde rum bei mir ist es bis jetzt noch nicht passiert dass da kein pferd stande es stande immer ein pferd und es waren in der regel immer gute pferde wie zum beispiel jetzt das apalossa oder das englische vollblut oder wie jetzt bei den kopfkriegern zum beispiel das ungarische halbblut sind immer richtig gute pferde mit dabei und das ist eigentlich die beste möglichkeit um die pferde zu bekommen wenn man die jetzt nicht im stall kaufen kann oder wenn man jetzt geld sparen will das ist halt wirklich die beste methode die pferde einfach zu klauen weil wenn wir schon im wilden westen sind und ein verbrecher dann können wir uns unsere pferde auch klauen und und so zeit und ärger ersparen erstmal in die nächste stadt wenn das pferd schon vor einem steht kann man es einfach gleich mitnehmen man muss dann wirklich nicht in die stadt zum stall und es im stall kaufen und wenn ihr dann pech habt sind auch pferde die dann richtig teuer sind wie zum beispiel jetzt der fox trotter mit seinen 950 dollar plus minus ein bisschen wenn ihr jetzt zum beispiel bei den kopfkriegern einfach ein bisschen die abknallt diese kommen dann auch irgendwann mit einem fox trotter um die ecke und das ist meistens billiger als wie diesen jetzt legal zu kaufen zumindest hatte ich das so dass ich in wellentheim war das glaube ich hatte ich einen fox trotter unten adenna von den kopfkriegern beschlagnahmt von daher beste methode meiner meinung nach ist meistens billiger bzw im prinzip kostenlos abgesehen vom kopfkrieg das jetzt mal dahingestellt aber ich hoffe ich konnte euch mit diesem video weiterhelfen bedanke mich natürlich fürs zuschauen und ciao